Ja, servus, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschauen und Vorbeischauen und natürlich vielen, vielen Dank für euren Support. Gerne ein Abo dalassen, falls ihr noch nicht gemacht habt und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr auch wirklich, wirklich, wirklich up to date bleibt. Genau das ist nämlich das Ziel. Somit updaten wir uns heute bezüglich DEAE und Supra, da das Mainnet endlich, endlich live ist und es auf Maxi zum Beispiel zu haben ist. Unten in der Videobeschreibung findet ihr sowieso bezüglich Maxi zum Beispiel einen Affiliate-Link von mir, 10% Rabatt auf die Gebühren, by the way. Und ansonsten schaut gerne auch in unsere Tiercam-Gruppe vorbei, alles kostenlos unten in der Videobeschreibung, Leute. Und damit will ich auch gleich mal sagen, fetzt mal gleich rein hier. Ach Leute, ist das nicht herrlich? Endlich, endlich die Altcoins scheppern nur so durch die Gegend herum und somit möchte ich natürlich auch in diesem Video euch meine zwei vor kurzem vorgestellten Projekte natürlich hier auch nochmal vorstellen oder beziehungsweise updaten. Was ist seitdem passiert? DEAI habe ich euch ja vorgestellt, vor einem Monat knapp bei 43 Cent, wo wir zum Beispiel aktuell sogar schon bei 85 Cent gewesen sind. Ein sehr schöner Chart, Leute. Ich habe bei 43 Cent das erste Mal eingekauft und hier diesen Dip genutzt und hier auch nochmal eingekauft. Also hier bin ich noch gut fleißig am DCA machen. Preise soll es ja hier geben bis zu 10 Dollar und 15 Dollar. Schauen wir mal, ob wir diese hier erreichen werden. Sollte der KI-Hype nochmal kommen, dann denke ich auf jeden Fall. Und auch Supra habe ich euch vorgestellt vor einem Monat knapp und da sind wir endlich mal live hier. Das Mainnet ist live und ist somit zu haben und zu kaufen, aber dazu später auch gleich mehr im Video. Ansonsten bezüglich Chart-Analyse, Leute, hustelt nicht lang herum und smasht den Abo-Button hier. Glocke aktivieren auch hier auf meinem Zweitkanal, Avons Markt-Up-Trade, wo ich euch auf dem Laufenden halte bezüglich den Preisen, Einstiegen, Rücksetzer und Ziele bezüglich Bitcoin und den Altcoins. Also Zero One Labs mit D-E-A-I, Leute. Richtig cooles Projekt, richtig gut, was die vorhaben und mächtig, mächtig noch am Anfang. Genauso wie bei Supra. Aber wie gesagt, fangen wir erstmal mit D-E-A-I an, wo nächste Woche die zweite Phase des Cypher-Test-Netzes startet und wird somit für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier kann die Öffentlichkeit dann das Netzwerk erkunden und bewerten. Hier auf ihrer Seite ist natürlich alles nachvollziehbar und nachlesbar. Incentivisierter Testnet Epoche 1, die Roadmap to Mainnet. Hört sich natürlich geil an. Ansonsten Plattformen coming soon, develop and about etc. Also noch sehr vieles in der Testphase. So auch natürlich hier Cypher-Testnet-Explorer. Verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also Daily-Transaktionen, zum Beispiel 446, ist jetzt natürlich auch nicht viel, sind dementsprechend noch am Anfang. Und trotzdem hat man sich hier zum Beispiel schon verpartnert mit Near Protocol. Was natürlich auch geile Announcement war, weil natürlich diese Zusammenarbeit D-E-A-I ermöglicht, die technische Infrastruktur und die Web3-Expertise natürlich von Near zu nutzen, die sind dann schon größer, um ihre Vision einer dezentralen KI effizient umzusetzen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und gleichzeitig profitiert natürlich aber auch Near Protocol von innovativen KI-Lösungen, die den Mehrwert ihres Netzwerks steigern. So haben wir hier ein Win-Win- und vielleicht Win-Situation für die Investoren natürlich. Und das Geile natürlich ist halt auch noch das Cypher-Developer-Portal. Ja, und die Code-Base-Dokumente, die jetzt verfügbar sind, Leute. Was beinhaltet das das Ganze? Auf dem Testnet-Deployen. Deployen bedeutet eine Anwendung, eine Smart Contract oder Code auf einer Blockchain oder einem Server bereitzustellen, damit sie genutzt werden kann. Natürlich von den Developern. Im Fall von Cypher bezieht sich das auf das Hochladen und Aktivieren von Smart Contracts auf dem Testnet. Ja, weil wir haben schon nur das Testnet. Einer Testumgebung also für Blockchain-Projekte. Dann haben wir noch FHE-Funktionen nutzen und testen. FHE, wir kennen das vielleicht schon aus meinem Video hier. Falls nicht geschehen, wie gesagt, nochmal gerne anschauen. FHE ist das vollständig homomorphe Verschlüsselung. Also eine Verschlüsselungsmethode, die es erlaubt halt, mit verschlüsselten Daten zu arbeiten, ohne diese zu entschlüsseln zum Beispiel. Also Rechenoperationen, zum Beispiel Anktionen oder Multiplikationen können direkt auf verschlüsselte Daten durchgeführt werden und das Ergebnis bleibt ebenfalls verschlüsselt. Das ist das Geile. Erst der Empfänger entschlüsselt das Endergebnis. Das ist das Geile an dieser ganzen Sache, Leute. Es wird vor allem genutzt, um Daten-Privacy zu gewährleisten, zum Beispiel bei sensiblen Finanz- oder Gesundheitsdaten. Ganz, ganz, ganz gewichtig und ganz, ganz revolutionär hier. Ich bin wirklich gespannt, in welcher Sparte hier generell AI, KI und dementsprechend natürlich auch hier Zero-One-Labs mit D-A-I genutzt wird, Leute. Somit gibt Cypher hier Entwicklern die Möglichkeit, solche FHE-Funktionen in ihre Anwendungen zu integrieren und das ist das Geile an dieser Sache. Da gibt es natürlich Access-Control, List-Verstehen, Re-Encryption-Implementieren, das alles beinhaltet das und ansonsten haben wir hier einen richtig ordentlichen Wachstum gesehen, Leute. Der November war für Zero-One-Labs ein Monat mit Rekordwachstum. Wir freuen uns, nächsten Monat neue Ökosystem-Partner begrüßen zu dürfen. Vorwärts und aufwärts an dieser Stelle. Number of Transactions on Cypher, 4,8 Millionen. Increase in Tokenholders over last month, also 8,7 Prozent mehr Tokenholder. 14,344, Number of Users in 35 verschiedenen Ländern und Discord-Member auch steigend. Und wie gesagt, der Kurs ebenfalls und sollte hier der Kurs nochmal weiter runter sacken, dann werde ich hier auf jeden Fall auch nochmal aktiv werden. So viel sei von mir gesagt, ohne dass ich finanzielle Beratung hier mache. Ihr wisst Bescheid. Tja, Leute, das Supra Phase 1 Mainnet ist jetzt live. Tokenansprüche sind offen. Der Ticker ist Supra. Das Mainnet ist also live. Hierzu habe ich auch ein Video gemacht, wie schon erwähnt. Schaut euch gerne an, aber ich verlinke alle zwei Videos nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten möchte natürlich Supra die Blockchain-Technologie zugänglicher, skalierbarer und interoperabler machen, während es die Entwickler, ein ganz starker Fokus natürlich auch hier auf die Entwickler und Nutzererfahrung revolutionieren. Das ist Supra so im Großen und Ganzen zusammengefasst mit ihren Oraclesen-Container. Und hast du noch nicht gesehen, schaut euch sehr gerne dieses 18-minütige Video an, um einfach einen Überblick über Supra zu bekommen, Leute. Ansonsten, wie eh schon am Anfang erwähnt, Maxi-Listing ist schon da. Aber auch Bybit, KuCoin und Gate.io haben Supra schon gelistet, also die Partner zentraler Exchanges. Dort könnt ihr den Supra-Token kaufen, wenn ihr es denn wollt. Und tatsächlich, ich habe ein bisschen gewartet, aber ich habe hier auch bei ungefähr 9, also 0,009 und 8 Cent hier eingekauft. Ja, ich habe gewartet, weil ich weiß, dass die Launching-Phasen eh erstmal nach oben gehen und dann abrupt nach unten. Ich denke, das war es auch noch nicht. Ich denke, dass wir noch weiter nach unten sausen werden. Aber ich wollte hier einfach mal ein bisschen hier meinen ersten Token einfach haben und schauen. Und ansonsten, wisst ihr Bescheid, werde ich im Bärenmarkt die meisten Stücke mir ergattern. Und dann schauen wir, wo wir hier landen. Auf jeden Fall sehr interessant und sehr cool, dass endlich hier das Mainnet gestartet ist. Es gibt natürlich auch ganz schnell FAD rund um Supra. Das kennen wir sowieso von überall. Dementsprechend hat hier AlwaysBeanChoose als Fazit hier getwittert uns, dass die Kritik von Supra Labs unbegründet ist, also über Supra Labs unbegründet ist als LR1-Projekt. Was nun mal Supra ist, hat Supra großes Potenzial für langfristigen Erfolg. Ähnlich wie andere große LR1-Projekte wie Ethereum, Solana, BNB, die ebenfalls mit niedrigen Startpreisen begannen. Hier hat er zum Beispiel ETH mit 30 Cent, Sol mit 22 Cent, AVAX mit 4 Dollar, BNB mit 15 Cent, FTM mit 1 Cent und SUI zum Beispiel mit 1 Dollar. Supra hebt sich durch innovative Ansätze und eine zukunftsorientierte Vision hervor. Der aktuelle Preis von Supra ist erst der Anfang. Ja, also absolut erst der Anfang. Ja, aber hier sehen wir, bei seinem Screenshot waren wir bei 13 und jetzt hier sind wir bei 9. Also ihr wisst Bescheid, hier einfach bei neuen Listenings, egal wie zukunftsträchtig das Projekt ist und geil und cool, viele, viele Investoren, die vor dem Launch hier schon Token bekommen haben, können natürlich hier auch einen Abverkauf starten. Ansonsten habe ich hier noch für euch den Supra-Token natürlich. Ja, hier die Allocation, also die Verteilung, Foundation und Treasury 22,8% zum Beispiel, EARIC Contributors 20%, Team 16% und Validators and Stakers 21%, also eigentlich nichts gravierendes bei der Allocation zu bemängeln. Der Supra-Token wird eine zentrale Rolle im Supra-Supra-Ökosystem spielen. Ansonsten wäre es ja eh nur ein Shitcoin, ne? Indem ihr die Layer 1-Utility-Dienste, also Protokolle, mehrere VMs zum Beispiel, Virtual Machines und die zukünftige Intralayer-Vision vereint. Diesen Tweet hier verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch nochmal alles selber durchlesen. Die Community wurde bewusst in alle Schritte eingebunden und bald wird der Token auf der Supra-Move-VM-Layer 1 verfügbar sein. Also hier einfach auch up-to-date halten. Und ansonsten, Leute, kennt ihr vielleicht Justin Bones, der wirklich, wirklich hier eigentlich fast alle, alle großen und gängigen Projekte, die man so hört, einfach zur Sau macht und einfach immer was zum Bemängeln hat. Aber hier hat er zum Beispiel bei Supra geschrieben, maximale Dezentralisierung mit maximaler Skalierbarkeit, das ist es, was Sharding bewirkt. Durch die Aufteilung der Arbeitslast verringert Sharding die Knotenanforderungen und erhöht gleichzeitig die Kapazität. Sharding zum Beispiel benutzt man auch bei Hedera, by the way, das Skalierungstrilemma auf den Kopf stellen. Derzeit vollständig auf NIR und EGLD implementiert. Supra und SHM folgen in Kürze. Ja, also deswegen auch hier auf der Seite von Supra, wo man natürlich auch mit über 500.000 TPS wirbt. Wie gesagt, das möchte ich natürlich erstmal sehen. Aber mir ist bewusst, dass Supra hier ordentlich was drauf hat, dank seinem Konsensus. Freunde, ansonsten kann ich euch noch empfehlen Pionix. Pionix hat hier sehr viele verschiedene Grid Bots, Spot Grid Bots hier, Trading und dann könnt ihr Grid Trading Bot, DCA Bot, Rebalancing Bot und so weiter. Oder bei Futures, Futures Bot und dann könnt ihr euch solche Futures Grid Bots euch einstellen, die Parameter einstellen und das war es dann. Ich werde mit euch demnächst bei dem nächsten größeren Dip so einen Bot starten, der bei unserem Start dann unten kauft und oben verkauft. Und so generiert er uns tatsächlich hier ein passives Nebeneinkommen, wenn der Markt natürlich in die richtige Richtung geht und du den richtigen Bot aktiviert hast. Wenn wir Richtung Bärenmarkt wieder gehen und du hast einen Long Grid Bot gestartet, dann wird es natürlich schwierig, aber ansonsten hast du hier halt auch ebenfalls die Liquidationsgefahr. Überall wo du gewinnen kannst, kannst du natürlich auch verlieren, aber deswegen stellst du auch die Parameter ein. Und in der Wirbelscheidung fährt hier auch nochmal einen Link, wo ich euch eins zu eins dies erkläre. Oder ihr geht einfach hier auf meinem Channel und gebt ein Pionex und dann habt ihr hier die ersten zwei Videos, Schritt für Schritt Anleitung und was hat unser Bot nach einem Monat zum Beispiel gemacht. Schaut es euch gerne an und meldet euch unten in der Videobeschreibung über meinen Affiliate Link an. Da könnt ihr nochmal ganze 15% Rabatt auf die Gebühren euch sparen. Würde ich euch wirklich empfehlen und unterstützt mich auch dabei. Also Leute, vielen, vielen Dank und ich hoffe wir sehen uns auch im nächsten Video. Peace, peace, euer Jahn.